jo leute was geht willkommen zu einer neuen folge bei notrufen z2 und auf dem kanal vom gaming wir haben heute ein einsatz und zwar die ölspur und wir müssen direkt als angst ich habe gestern euch gesagt es wird noch ein neues video gestern kommen ich habe es nicht mehr geschafft leute tut mir sehr sehr leid deswegen wird jetzt noch eins kommen und war feinlich um ein uhr so grob 1 viertel nach 1 und danach fahr ich ja wieder in urlaub also von daher und kann man losfahren gucken wie groß die ölspur ist ja ob sie klein ist oder groß wenn ich mal probieren wie sich's wirklich ist aber vor allem ist sie auch schon aber wenn sie hier links und dann ist die einsatzstelle da schon Das ist richtig. Oh, ja. So. Ich nehmöne schonmal. Und streue schonmal. Sobald wir die Erlaubnis haben. Darf ich? Darf ich? Ja? Nein? Doch? Nein? Okay, nein. Darf ich noch nicht? Jetzt? Nein. Worauf warten wir jetzt? Na, er muss das machen. Welcher ist... Welcher Kellig ist das? Er hat Wasser drückt drüber. Okay. Jemand nimmt dem Einsatz abends gar nichts. Ja, super Leute. Ähm... Aber... Na... Na... Ja, das ist so schlau, Kollege. Erst du wieder zurückgesehen. Ich hab's nicht gesehen. Aber die haben sich abgesprochen, dass sie erst mal haben. Hm. Super masslos. Hm? Darf ich das machen? Nein, darf ich nicht. Okay. Oh, darf ich das Fahrzeugzeug? Oh. Habe die Ehre. Und dort. Boah. Krasser Scheiß. Boah. Nett. Also, das ist echt... ...zu viel verlangt. Schon. Also, das ist eine große Ehre. Einmal einen Scheiß heute dazu machen darf. Ja. Ist doch. Ja. Warte heute. Nein. 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 Warte. Komm. Ich fahre. Sonst fährt der hier. Wie... Nachbars. Also, wie Nachbars irgendwie... fühlt. Oh mein... Gott. Wow. Okay. Ey. Vorfahrt. Boah. Stau auf der A2 gefühlt. Komm. Knappes Ding. Als sind wir sofort angekommen. Da müssen wir abbiegen. Ich hab's geschafft. Die Sorte sind scheiße. Oh. Ups. Weiß, wir hatten Halle sich wieder ins Stellt. Der war geplant, Leute. He. 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 Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht perfekt. Oh jetzt kommen Robles ein paar künstliche. Oh mein Gott. Maschine ist fertig. Und Bote aus. Ableuchte aus. Ach so durfte ich nicht. Boah. Kommt ey. Stellt euch nicht so an. Nein. Perfekt. 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 Wir gehen nochmal rein. Machen das Ding aus. Und steigen wieder aus. Ich zeige euch nochmal was. Bevor. Bis der nächste Einsatz kommt. Vor allem haben wir unsere Ersatzfahrzeuge. Falls einer von denen kaputt geht. Da hinten ist das Einsatzleitfahrzeug. Äh. Hier haben wir das WLF. Das WLF. Wo ist das WLF? Da ist das WLF. Tor geht nicht auf. gut. Aber das ist jetzt hier. Und hier halt die ganzen Container. So Wasser. Abpumpung. Hört sich falsch an. Ja sowas halt alles. Gehen wir jetzt hier hoch. Aber jetzt kommt kein Einsatz. Und dann fällt. Fall zur Tür. Ich kenn mich hier nicht aus. Ach da. Äh. Aufzug geht leider nicht. Moment defekt. Anscheinend. Memories. Da gehts nicht hoch. Da rein. Da auch nicht. Wo bin ich denn hier. Okay. Das bringt hier einfach nichts. Komm ich da rein. Hä. Leute. Stimmschäden machen wir nicht. Wir machen den nächsten Einsatz. Stimmschäden nicht so gut. Ah da ist das. Ach Leute. Ich bin aber auch dumm. Dumm wie Brot bin ich ey. Leute. Leute. Verzeiht mir. Ihr könnt auf jeden Fall auch den Kanal von SpinneXXY auschecken. Auf Twitch. Könnt ihr gerne abonnieren. Hat er sich eigentlich nicht verdient. Der Junge. Aber. Ich kenn den aus meiner Klasse. Hat er sich wirklich nicht verdient. Der ist nämlich oft frech. Aber. Abonniert. Wenn ihr wollt. Müsst ihr aber auch nicht. Aber bei mir könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und wir machen einen Pumpeneinsatz. Da rücken wir direkt aus. Achtung. Brandschutz. Wasserrohrbruch. Einsatz für KEF 1 Dornenkamp. So. Jetzt habt ihr die Döser gehört. So. Schnell runter. Funk setzen. Und jetzt. Anfahren. Los. Warte. 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 jetzt am Einsatzort eingetroffen und ja, wir machen es direkt. Los, los. Oh, das Ding bleibt sogar stehen. Wo? Ich kann es wegschieben. Mein Kollege sitzt immer noch nicht. Da darf er, bitte lasst andere machen. Fällt mir mal ein, das ist der erste Einsatz, wo wir was machen dürfen. Oh, mein Gott. So, jetzt haben wir alles abgesperrt. Doch nicht. Nicht richtig. Genau. So, jetzt ist es besser. Und, ähm, nee, falsch. Richtig. Und, ähm, jetzt gehen wir halt hier in den Keller. Sorry für die Hintergrundgeräusche, war es grad. Ähm, jetzt müssen wir den Schlauch nehmen. Der ist so komisch, dass mein Kollege nichts macht. Ich glaub, es hackt. Kollege. Da hinlegen. Wir nutzen ein Ding nach da unten. Das andere könnte ja in der Zeit mein Kollege machen, aber nope. Er will nicht. So. Nee, nee, er will nicht. Er will nicht. Kollege sagt nein. Außerdem kann das Wasser nicht so einfach ablaufen. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es kuppeln. Jetzt geht's schöner auf die Straße. Bis der Keller leer ist. Dann kann ich mal eben meine Maus richten. Herat. Und, ihr. Ähm, zehn Jahre später. Immer noch nicht fertig. Ja, und, ähm, jetzt rollen wir eben noch schnell weg. Und dann war's das auch mit dem Video. Es kommt später nochmal ein längeres Video. Also, was heißt längeres Video? Ähm, ein neues Video. Weil wir wollen jetzt frühstücken und von daher... Und mein Kollege macht auch mal mal was. Na ja. Zack, 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 zack. Und... Öh, zack. Jetzt kommt noch mein Kollege mit der Pumpe. Und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. ... ... ...